In unserem Viertel wünschen wir uns mehr Räume für die freie Kulturszene. Kultur- und Nachbarschaftszentren sind wichtige Orte der Begegnung. Die Erhaltung unserer öffentlichen Gärten und Parkanlagen liegt uns am Herzen. Wir setzen uns dafür ein, dass sie fit für die Herausforderungen des Klimawandels gemacht werden. Unser Stadtviertel ist ein super schöner Ort zum Wohnen und zum Arbeiten. Ein Ort, den wir gestalten, zusammen mit den Anwohnerinnen und den Anwohnern. So wie zum Beispiel der Bewässerungsinitiative am Stresemannplatz, die sich seit vier Jahren dort um die Kastanien kümmert. Sichere Verkehrswege für alle Generationen sind uns ein wichtiges Anliegen. Dafür setzen wir uns weiter im Stadtbezirk ein. Wir machen hier vor Ort Politik mit den Menschen und für die Menschen.